Hallo und herzlich willkommen zu Ultimate Team. Wir machen jetzt eine Folge Ultimate Team und danach geht's direkt in der Journey weiter. Ich habe mich heute viel, viel zu tun auf dem Kanal. Gestern Hochzeit, dadurch konnte ich keine Sachen jetzt machen. Jetzt häng ich ein bisschen wieder hinterher. Jetzt muss ich mir heute viel, viel arbeiten. Mache ich jetzt neben dem Fußballgucken. Wenn wir jetzt erstmal was aufnehmen. Die letzten drei Tage haben sich, glaube ich, zwei Erfolge nur aufgenommen oder so. Batatatatatata. Drück drauf. Hängen wir doch auf den Arsch. Achso, Club haben wir ja auch. Im letzten Part habe ich das gar nicht gesagt. Das war auch Club haben. Club ist geil. Hat ja heute 0 zu 0 gespielt gegen Interstate United, obwohl sein Thema Hausfuhrufe überlegt war. Das war auch nicht. Und Liverpool ist Chancen-Tot. Spex-Sus-Marie. Ehrlich, dass Philipp da nicht mal da ist, ist natürlich jetzt links noch weniger, was man holen sollte. Was ist denn besser als Schwelzer im Flix-Verteidiger-Position? Alaba. Okay, Hooligans. Und vor allem Alaba. Ich will jetzt nichts sagen, aber diese Saison. Öfter rum wie falsch gelden. Hm, spanisches Team. Könnte Hingwärten. Chiquitich. Und das Spiel läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf einzubringen. Zubringen. 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 Nurillo. Zubringen. Zubringen. Yes, der Ruf. Ben Yedda. Paulinho. Mit dem Ball am Fuß. Zubringen. Klasse Pass. Bender. Sehr merkwürdig. Zubringen. 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 Der Vorspe joue. durch, ne, Buschi. Das war das denn? Ja, geht mir genauso, Wolf, aber ich glaube, man hat sich bei Atletico richtig entschieden, das war ein ordentlicher Schritt dieser Umzug, das ist ein absolutes Prachtstadion, fast 74000 Gehen rein. Und nun Bela Rabi. Stindl. jetzt kann es gefährlich werden da geht er zwischen rachsler den ball kann der torrat aufnehmen die euro der ist die hereingabe da können sie nicht entscheiden klären kagawa draxler schmelzer naja wartet nicht nur vorne auf den ball sehr aktiv und jetzt stellt hier die heimmannschaft auf pressing um sie sortieren sich neu das könnte die führung geben die freude natürlich groß riesen jubel bei den fans bei den spielern ein wichtiges tor und wie sich der ball noch dreht da denkst du das ding geht daneben aber der ist mit so viel schnitt gespielt und geht ins tor und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel nicht aber da müssen sie mehr ausmachen diese chance also fast verschenkt kagawa stünde jetzt wird's gefährlich der gut dazwischen weg ist der ball und das ist der ballverlust stünde ein schönes passspiel jetzt können sie vielleicht kontakt stünde das ist der ballverlust das ist der ballverlust das ist der ballverlust fängt diesen ball ab das ist der ballverlust sie bekommen einen einwurf da könnte was draus werden das ist der ballverlust ist der ballverlust das ist der ballverlust das ist der ballverlust das ist der ballverlust schmelzer schmelzer dommers schöner pass das ist der ballverlust schön dazwischen gegangen das ist der ballverlust das ist der ball das ist der ballverlust das ist der ballverlust das ist der ballverlust das ist der ballverlust warum spielt er nicht einfach er hat bislang sehr sehr ordentlich gemacht er hat den ausgleich gemacht das ist der auftriebe das wird er auch brauchen wenn er seine mannschaft hier zu besiegt der angriff ist erst mal vorbei sie verlieren den ball pass auf die außenbahn da trete er ihn fair vom ball geier deolofeo wenn jetzt da wäre platz für den konter stünde könnte jetzt was werden oder ist der ball wieder weg sie müssen aufpassen jetzt im spielaufbau ein leichter überflüssiger ballverlust jetzt mich verraschen jetzt wird es gefährlich die vorwärtsbewegung jetzt jetzt vielleicht wenn es jetzt schnell geht dann wird es gefährlich schlacht lachsler der wäre gut gekommen aber der schuss wird abgeblockt weiter gefährlich fängt diesen ball ab das ist und er gibt die er gibt elfmeter da verursacht er ein elfmeter aber hat trotzdem glück pushen ja denn er darf weiterspielen es gibt nicht mal gelb das ist schon eine überraschung die dann die 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 2 1 stünde bella rabi das könnte gefährlich werden er gibt abseits da war der spieler durch deolo feo muriel es sah so aus als kämen sie durch aber jetzt ist der ball weg das könnte der gelegenheit werden und hier diesen pass weg ist der ball dabei jetzt viel platz für den konter ganz energisch jetzt gibt es abstoß gute chance jetzt bekommen sie die möglichkeit zum ausgleich es gibt exos gucke mit der ecke paulino und den herz jetzt haben sie den ball verloren alles gestimmt sie haben einfach mehr vom spiel das stimmt vollkommen wolf wer sich die chance so erarbeitet der macht einfach seine tore ist doch klar tolles spiel wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend jetzt wird's gefährlich der wert gut gekommen aber der spieler blockt den ball ab muriel und die letzten zehn minuten sind ja angebrochen mario komm ist am ball klasse aktion wahl bin ich blöd gut den ball hier im mittelfeld erobert das heißt es weg ist der ball seine pässe kommen heute richtig gut an jetzt müssen sie aufpassen gut reagiert vom torhüter so verhindert er denn und jetzt die chance wir schauen auf die uhr fünf minuten sind sie noch jetzt vielleicht die chance für den konter das ist gut sie unterstützen den ballführenden spieler das ist wichtiger später treffer von ihm das müsste ich nicht sagen also diese spieler ja die zeitpunkt für die führung gedacht die perfekt gewählt und das war eine ganz ganz enge und er pfeift abseits schmelzer draxler ganz einfach an den ball gekommen drei minuten nachspielzeit wird es hier geben wenn jeder sie müssen hier irgendwie den und die und ist es das war jetzt mega glück klasse 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 kostet klasse 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 Weil ich nix sagen, du Scheiße, weißt du nicht, wenn wir mal nachdenken, weißt du nicht.